So, dann gucken wir doch mal hier rein. Ja, genau, zieh ran. Ja, genau, zieh ran. Und die Nummer 10, 2, nur nischt, kein Jolt mehr. Und hier mal ne ordentliche Fackung Freispiele. Ja. Ja. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch eine Runde, Junge, Junge, Junge. So, nun mal ein Vollbild hier. So, nun mal ein Vollbild. So, nun halt ein Problem hier. So, nun mal ein Vollbild. So, nun mal ein Vollbild, ich gebe es zu me capacity, so noch ein Block rer�ster bei Kindern. aber mies bezahlt 36 spiele da die hat schon mal besser so dann gibt es hier mal 25 freispiele 2 2 2 3 2 3 4 6 Hallo, sie macht vernünftig hier. 24 Uhr kommt ja alles vorbei. 25 Uhr kommt ja alles vorbei. 25 Uhr kommt ja alles vorbei. 25 Uhr kommt ja alles vorbei. Uhhh. Keine Verlängerung hier. Nicht wildet dazu. Ist doch eine Sauerei. 64, naja. So, dann gibt es hier mal ein Röntgen. Feuer frei. 60, naja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auch nicht. Dann bleibts bei zarten 32. So, da kriegen wir doch hier mal eine Runde. Und, was wirds? Okay. Ach, dass die beste Wahl war. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Den hinten neuen runter. Das wären 160 geworden. geworden naja, bisschen kommt ja hier noch zusammen wer hätte das gedacht und die Nummer 30 Neuort So ne Runde Forbidden Princess Ja Ah, leider nur noch, schade. Und noch, noch runter. Hm, dann war nix. Ah, zweite Walze, Mann. Ach, Verbrecher. Und eine Runde Captain Stank. Schauen wir mal, der für uns hat hier. Ja, das ist doch eine Wand. Schweinerei, immer nix. So, dann gibt es hier mal sieben Freispiele. Geizkragen. Geizkragen. Okay, das war ja nicht der Briller. So, dann gucken wir doch mal, ob die Elefanten noch vorbeikommen. Komm, schau rein. 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 Ja, das wird schon besser. Hm, was machen wir damit? Annehmen, Einsatz erhöhen oder gucken wir es uns an? Einmal hin, 14 Stück, ne? Los, komm. Wir schauen. Na, du darfst du mal eine Kattel-Rinpacken hier? Na, du darfst. Wir haben noch ein paar Kajakina mit bei. Ich meine, dann sei hier Schokolade. Okay, das war schon leicht wegen, ja. Ach, da sind es nur noch fünf. Nehmen wir die. Ach, ach, ach. Zwer, kiek an. Oh, oh, oh. Eieiei, geil. Schön. Okay. Schick, schick. Ach, da sind wir mal. 58, 80. Da waren 20. Wir nehmen die Asche. Oh, okay. Dann dürfen wir mal zahlrehen. Da ist aber bestimmt noch mehr zu holen. Das war's. Los, komm, schenk uns noch eine Ladung Power Spins. Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Wir packen mal noch einen drauf. Zwei Euro. Du brauchst jetzt noch mal so eine ordentliche Ladung auf zwei Euro. Oh, das wird. Komm schon. Hier wird der Einsatz. Die Linie bringt da. Das ist ja nicht. Das fehlt ja auch nicht. Dann sehen wir noch mal die 80. guck mal ob man einen Unterschied merke ich da hat er irgendwie auch keine Lust mehr ja das schon wieder, man das fing da so gut an hier mit uns 640, zwei Power Spits aha da war nichts versteckt ich musste schon wieder ganz dezent durchgepfiffen hier waren wir 1,50 die hatten wir doch nicht 9er große Kappe wiederkehren Mann 25,50 4er ist schon besser 2,50 die 2,50 die 2,50 die 5er 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 ein paar Flicks und zugenäht ist der nicht zum fassen 33 immer noch 5er nehmen wir und dann gehen wir wieder auf 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 das ziehen wir aber durch hier stattdessen auch erstmal stehen bleibt da ja 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 5 6 7 8 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 12 12 14 13 14 15 15 12 15 15 15 16 15 16 19 15 Oh, 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 noch mal eine Oh, das dürfte noch ein bisschen mehr sein, oder? 47 Witzig Stehen wir davon ab, ja Da sind ja nur wirklich nicht viele bei Das bringt ja mal ja nichts Okay So, ich spiel jetzt noch mal anderen Macht, was ihr wollt